Helene Fischer kurioses Detail. Bei diesem Song kam es zum Unfall. Seltsamer Zufall, Helene Fischer verletzt sich am Trapez. Der Song, den sie dabei performt, trägt den Titel Wunden. Schlagerstar Helene Fischer hat sich während eines ihrer Konzerte auf der Bühne bei einer Trapeznummer verletzt. Die Show am Sonntagabend in Hannover musste abgebrochen werden. Hier lesen Sie, wie es zu Helene Fischers Unfall kam. Ein Detail ist besonders kurios. Der Unfall geschah bei einem Song der Sängerin, der ausgerechnet den Titel Wunden trägt. Das zeigten Aufnahmen von Konzertbesuchern in den sozialen Medien. Fischer prallt bei ihrer Performance mit dem Gesicht gegen den Holzgriff eines Trapezes. Im Song Wunden geht es um emotionale Verletzlichkeit. In dem Song Wunden, den sie zum Zeitpunkt des Unglücks singt, geht es allerdings nicht um körperliche, sondern um emotionale Verletzungen. Der Refrain lautet, was ich liebe, was ich denke, meine Ziele, meine Ängste, jede Krise, wenn ich kämpfe. Du heilst meine Wunden. Fischer singt offenbar von einer geliebten Person, bei der sie sich auch emotional verletzlich zeigen kann. So heißt es etwa in der dritten Strophe. Ich kann den Schmerz überwinden, weil du ihn mir nimmst. Fischer erlitt in Folge der schiefgelaufenen Trapeznummer eine blutige Verletzung im Gesicht. Wie schlimm diese ist und wie sie sich nach dem Unfall fühlt, hat die Sängerin bislang nicht mitgeteilt. In den Videos ist zu sehen, der Sängerin fließt das Blut von Stirn und Nase, tropft aufs Dekolleté. Sie zeigt sich tapfer und bringt den Song dennoch zu Ende.